Vielen Dank, mein Freund. Sully macht sein Ding. Gehen wir weiter. Äh, nein. Zumindest eine Granate wiederbekommen. Äh, abgesehen, schrutscht nicht kommen. Von G-Mann. Scharfschützen, im Turm. Die sind zu zweit. Okay, oh. Oh, Sully. Sully. Mach 5, oh. Okay. Komm schon. Seid ihr okay? Ja, zumindest in einem Stück. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Schön, dass ihr okay seid. Gleichfalls. Ja, wir haben etwas. Was möglicherweise hier... Das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich? Einem Heiligtum? Ähm, einer Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an. Okay. Welche Tür ist das? Hey. Vielleicht um die Ecke. Ja, okay. Das kann es sein. Hm. Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hierher. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Du musst mich los. Hau bloß ab. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallus. Charlie, hör zu... Hey, alles ist gut. Hau ab! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwo hin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Oh nein, der Boden schmilzt. Können nicht bleiben. Weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann. Ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, ähm, hermetisch, vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wisst mir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Okay. Probieren wir es aus. Na mal, Charlie. Was ist das? Sully, hilf mir hier mal. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie. Komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Da müssen wir uns wohl durchgehen. Kapitel 9. Der Mittelweg. Okay, ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Aber, aber, aber... Na los, Kumpel. Alles gut. Wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an. Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, ich hilf. Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm, Kumpel, gleich geschafft. Oh Gott. Immer näher heiß. Es wird enger. Aufhören. Halt. 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 Ich kann nicht atmen. Scheiße. Oh Gott. Ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Scheiße. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Oh Gott. Ganz ruhig, okay? Oh Gott. Oh Gott. Ganz ruhig, Charlie. Chill. Oh nein, nein, nein. Charlie, los, komm schon. Nur noch ein? Lasst mich! Wow. Ganz ruhig, Digga. Wow. Okay. Charlie. Charlie, Junge, muss ich die Backpfeifen geben oder was? Ich will dir nicht wehtun, okay? Wow. Okay, hör zu. Ganz einfach. Hey, ruhig dich. Ja. Ja. Charlie. Stopp. Cutter. Charlie. 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 Nein, was machst du? Nichts! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate! Charlie! Oh mein Gott. Komm. Komm, alles gut. Mir geht's gut. Komm, steh auf. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Nate. Nate. Es tut mir leid. Mir geht's gut. Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du... Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Auf ein neues. Ich geh zuerst. Shit. Folgt mir. Folgt mir, Freunde. Ja, Charly. Ja, Charly. Und dann hüllst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill. Seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Du fasst ab jetzt. Du fasst ab jetzt. Die suchen uns bestimmt. Okay. Komm, wir gehen Kugel. Ja. 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 Oh, verdammt. Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen können. Da, die Kanäle. Das sind wohl Wasserkanäle. Da ist eine Treppe. Ah, okay. Gehen wir erstmal da lang. Gut gemacht, Cutter. Siehst du da oben was? Die lassen sich sicher entzünden. Sie sehen aus, die Projektionen. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Entzünden wir die anderen. Eine gute Idee, mein Freund. Nur noch eins. Das letzte. Unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Suchen wir weiter. Sollen wir jetzt mal drehen? Okay, wir gehen nochmal hoch. Der ist wahrscheinlich noch was. Hey. Da drücken ist dein Durchgang. Ach, Charlie hättest du das nicht früher sein können. Okay. Dann gehen wir mal da durch. WARE Oh nein WHH. Ich bin imですかs covid-boroagier. Du wigs ist einRIES. wirklich im licht des feuers was machst du ich hatte den weg wenn du da bist du bist verrückt das wasser muss fließen hast du eine bessere idee wirft die fackel darunter vielleicht